ich bin allein nein bist du nicht und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von it takes two wobei wir heute als einzelkämpfer unterwegs sind dummerweise ach das bist du da hinten ich wollte gerade sagen ich sehe hier links irgendwas so wie war das jetzt damit zielen damit schießen genau hier muss ich auch direkt irgendwas machen ich bin durch aber ich sehe mich nicht mehr doch jetzt findet sie an strategisch wichtigen punkten was soll ich da finden was ich hab den ersten teil gar nicht mitbekommen du bist hier cool ja warte mal da oben was grün und rot muss das noch irgendwie das ist nicht gut aus hier das ist eine warzone ja hier sind sachen wo man drauf schießen können aber hier ist ein knopf machen wir den knopf wir sollen üben da unten ich stehe jetzt noch erwischt ach der zielt auch irgendwie automatisch habe ich so das gefühl also diesen letzten schliff den machte ich hab dir ja okay wahrscheinlich weil es jetzt so schnell her geht war gott das wird das ich will das nicht ich bin ich bin nicht so ein gewaltmensch oje komm schatz wir müssen weiter lass es explodieren also tiefer hätte das jetzt auch nicht machen können ich mag es tief man das ist im präsent ein ganz gut überhinsen nein sie wird es doch nicht zu machen immer dadurch ja du musst auch dadurch ich schaffe das schon schafft nein ich schaffe das nicht ob was bleibt jetzt an dieser an der wurzel hängen kannst du da oben drauf schießen aber ich weiß nicht ob das richtig war ich glaube da müssen wir hoch warte mal da kann nicht nicht drauf schießen nein nicht drauf lass doch mal ich kann doch das auch lass doch mal bitte was willst du kannst es damit beschweren oder wie ja ok wenn ich jetzt hochkommen würde damit können wir jetzt springen aber das bringt uns wahrscheinlich mal da oben das muss man irgendwie machen was kann man da machen kannst du das sollst du das beschweren ich weiß nicht also wie gesagt hier links kann ich mal oben wissen du jetzt ich stehe neben dir schlauberger aber du triffst natürlich wieder nicht wie gesagt ich würde versuchen da hoch zu springen aber ich weiß nicht ob das so weit kommen aber da oben drauf ist der zielfernrohr zielung stimmt dann macht das mal runter macht das ding mal ein bisschen runter vielleicht muss ich da oben hin zielen warte mal ich muss da was drauf machen okay da kommen wir hoch warte mal aber du kommst dann da hoch das heißt du musst versuchen da hoch zu springen ja wie soll ich da hin erwarte mal oder könnte ich da auch nicht sprengen wir das ding hier wieder bitte da unten die dinger hier die das ja das ist echt so hohle aber ich hätte da nicht früher daran gedacht hast macht doch mal weg so kann ich nicht schießen ich bin drüben ich sehe nix boah ist das eine scheiße einstellung gerade so kannst du das hier runterziehen natürlich kann ich das oder auch nicht schatz muss treffen das weiß ich treffe immer ein bisschen okay also wenn er sagt dass wir gehen können denke ich mal dann ist es ungefährlich wobei ungefährlich vielleicht ist das richtige wort ist flammiert das mal hier oben mal machen wir da oben mehr also wenn ich sag flammiert das mal meine ich damit dass du das markieren sollst dann ist flammieren kann okay da hinten können wir jetzt machen wahrscheinlich noch die vergeht doch ist drin jetzt gehen wir wieder nach oben warum hängt da eine wand so zeug muss ich das einsammeln da hängt schießt man da drauf was denn wo denn da war ein baum hängt was doch gut ist das da nur so ja weil du dann eben gefeuert haben müssen glaube ich nach das irgendwie rüber irgendwie ja theoretisch können wir doch hier oben auf das ding drauf deswegen bin ich jetzt ach so beschwert es noch mal welches aber nur so halb ja diesen käfig ja stopp 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 weil zu hoch darf es ja auch nicht sein die frage ist kann ich da jetzt durch schießen ja kann ich okay perfekt dann kommen wir sogar so hoch okay ja das war jetzt noch nicht sehr anspruchsvoll für meinen kopf für deinen kopf hier unten ist eine bärenfalle was hat das denn damit auf sich hält er den fest so mal gucken was passiert wenn ich da ach so da hältst du dich dann wahrscheinlich dran fest oder und ich komme dann ja ja ich komme dann hier oben rechts aber können wir dass das ding hier oben können wir das ein bisschen beschweren das habe ich versucht geht nicht es prallt ab weil das metall ist warte mal was haben wir hier ist auch zu hoch erwarte mal da ist aber doch immer erst mal immer hier oben kann man mit dem seil hin ist das denn also kannst du es doch beschweren du bist lustig ich war woanders dran ich war eine dose so ja das war klar dass du wieder wieso hast du jetzt dahinten alles kaputt gemacht so jetzt machen wir hier die die den farbeimer macht den auch mal den kann ich nicht wie oft soll ich das noch sagen metall bisher hast du es noch gar nicht gesagt ich habe das das meinte ich ja eben teil geht nicht dass wir müssen wir runter kriegen um die türen von oben ich muss da oben hin das heißt kannst du ja auch dran springen ja du hast nee wir haben gar keine seile mehr oder haben wir die noch das problem ist aber das sehr hoch das ist zu tief jetzt ja warte dann lass mich mal warte du kannst mich doch dann hoch schießen werde da oben das weg macht so ja genau manchmal ist ja auch mal was zu gebrauchen da du eh schwerer bist so warte mal ich weiß was ist jetzt los ich bin ja hallo ich bin ja am zielen und die schiebt sich einfach nach vorne was das denn so also wie gesagt das ding dreht sich ich denke wie gesagt dass du dich da dran hängen muss geht doch mal jetzt ist es schwer genug okay das geht nicht ich dachte eigentlich dass du dich da drauf stellst die frage ist jetzt schaffst du das mit da durchzukommen es ist doch das wäre eine falle hat ich dir eben erklärt mit der band was ist denn hier kannst du das herunter machen kannst du das gleich runter machen wenn ich da draufstehe nein dann natürlich nicht so warte mal die frage ist ach so jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen ooo kannst du das beschweren irgendwie genau hier über das andere auch du musst da hochgehen schnell nein ich muss springen das hier auch bitte bevor das überkippt wo ich sehe nicht wo ich hin muss ja weitergehen einfach darüber ja einfach du bist lustig du kannst du die hin weil wir mal so moment hier habe ich was ja du musst mich hochziehen ja ich bin ich bin ich komme ist das das so das ist das von hier dann flammieren wir mal hier das war ein bisschen hoch ja doof bin ich ja von dir gewohnt so was haben wir denn hier schön dass ich sehen knopf ist das gut darauf zu drücken ich glaube das war nicht so gut nicht den roten knopf nein 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 drück auf stopp drück auf stopp drückt nicht den roten knopf nein nein ich habe gesagt du sollst nicht den roten knopf drücken wenn ich hier rauskomme na glaub mir was macht er denn oh ich glaube jetzt ist ein drehwurm ich schwöre dir ich wette ich ach du musst sie tatsächlich gedrückt haben bevor du stopp drücken kannst du mal da rein ich will da nicht rein drücken auf den knopf muss auf den knopf drücken ja auch da geht nicht das funktioniert nicht mehr so hat es kaputt gemacht wie immer da steht ja warte mal die eichhörnchen ja ja ich verstehe schon das war sehr clever von den eichhörnchen ja 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 die haben halt eine atombombe gebaut mit einer aus der eichel ja das sehe ich die positive ladung ist auch da so gebaut hier kommen jetzt aber nichts mehr machen denke ich mal das ist nur so verarsche gewesen quasi war nicht verarsche ich fand das gut ich nicht ich wollte ich wollte zuerst noch gesagt haben drückst du mal den knopf hier gibt es der fluss kommen ja ja ich kann es lesen hatte ich kann es gleich lesen jetzt ja sehr interessante kombinationen da haben sie recht hier ist auch noch was moment ja 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 verstehe es roten also wenn man jetzt hier drauf schießt und jetzt uns weg schießt mal ich weiß bescheid da musste die alle wahrscheinlich erst mal an blubbern ich blubber nicht ja ich spritze der ist aber nicht ganz drauf hier das geht aber trotzdem naja macht lieber weil wir müssen alles gleich haben ja dann muss man mit drauf ja ich denke ich dachte dass eine kettenreaktion man was ja aber schlecht gelegt ich mache jetzt anders wird man ja habe ich auch gedacht dass das eventuell geht das ist scheiße ich glaube das funktioniert so nicht oder ja nicht auf mich ich kann dreimal kurz hintereinander schießen glaube ich also wenn das nicht geht dann weiß ich auch nicht jetzt noch weitermachen oder soll ich schon mal probieren mach mal schnell das ist es ist sehr bedrohend das hat wohl irgendwie funktioniert ich gehe mal schnell hier runter okay das ist für dich oder aber kann man das dreht sich ach so nee es dreht sich nicht nee 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 nein mach hier vorne noch mehr drauf hier oben ja du beschwerst das doch da siehst du jetzt kommt der rüber und drauf die nächsten denke ich mal auch oder schnell was ist jetzt los oh das war knapp aua wir hätten auch warten können kannst auch einmal drauf schießen das ist dir hoffentlich das wäre aber zu einfach oh scheiße ich habe keinen schuss mehr wo sind die ich sehe nix ich habe sie besprüht schieß komm noch mehr ich habe sie besprüht oh du triffst die aber nicht man ich habe aber getroffen nein die hat mich gerade getötet ich habe die jetzt zweimal getroffen ja die ist hier ist noch eine ja die andere tötet mich danke hier ist noch eine ja was machst du da oben du sollst hier unten ja ich lasse mich hier die ganze zeit töten weil du die nicht bespritzt das mache ich da oben du bist lustig boah ich gehe hier die ganze zeit drauf und du guckst dir das nur an was ist denn das hier ich glaube wir sollen einfach nur weiter oder warte mal können wir diese scheiß nests da oben irgendwie äh fackeln schade nein können wir nicht da hätte man auch eine taktik und dann da immer explodieren lassen aber das ist zu wenig ich ahne was böses mit so einem kum ja geil mach's mal alles kaputt da oben ist ein haken wo ist ein haken ja wir müssen das irgendwie runter ja aber die hängen einfach nur so da kannst du nicht drauf zielen oder so kriegen wir das runter du kannst mit dem ding hier springen das bringt uns wahrscheinlich nie allzu viel die frage ist da unten geht's auch hin ach warte mal kannst du das hier erstmal beschweren aber das ist metall ne das ging irgendwie nicht hast du gesagt ja obendorf hat es nicht funktioniert doch warte mal da hinten ist was gelbes da hinten ist was ja wahrscheinlich erst für die nächste Runde passiert nix und hier rechts kommst du nicht ran hier oben ist irgendwas da oben der haken der muss runter ja aber das ist das sieht aus ob das nur fake ist als ob das nur jetzt probier doch mal da drauf zu schießen ob das wirklich nicht geht nein auf das metall ding ich schieße doch auf das mit sag mal siehst du die gleiche Ansicht die ich sehe oder ach das hier das geht nicht ich hab doch gesagt auf dem metallplatz also das kann ich dir nicht beschweren nein da unten ist ja das ist auch irgendwie so komisch hier kann man hier irgendwelche Haselnüsse klauen und die da gehen hier unten kann ich was hinmachen hallo guck mal da unten aber das bringt nichts das bringt sehr viel was ist mit den Haselnüssen mach mal schieß mal die Haselnüsse rein ja toll dann sind die flampiert was bringen uns das nee ja das schmeckt gut warte mal von hier kamen wir da oben ist doch noch was müssen wir da nicht irgendwie hätten wir jetzt vorher besser aufgepasst also ich visiere hier direkt das Teil an kannst du hier drauf schießen wo ich gerade drauf ziele warte mal eben ich komm mal eben da hoch vielleicht können wir den Kessel so in Gang setzen oder sowas ach warte mal ich kann es da rein machen ja siehste ja aber wie hä okay pass auf dann mach das hier unten mal rein wo in den anderen Kessel ach der ist unten ist auch mal rein das stimmt die läuft schon wieder von selber hier was ist jetzt los genau mach das mal so und geh mal nach oben auf das Ding drauf äh und mach aber den anderen auch direkt schon mal voll ich mach den anderen auch was rein ja ja bin drauf okay Achtung nein ach ich bin doof ich weiß macht nichts du hast trotzdem noch einen Versuch nee ich muss erst unten wieder anmachen äh zu machen voll machen was auch immer was ist das eigentlich für Zeug das sieht so ein bisschen aus wie das ist Honig du hast Honig oder so oh rechts geht das aber wieder raus pass auf das geht noch eine Weile raus mach schnell mach das voll schnell jetzt ach man das geht nicht raus das ist mehr voller geht's nicht jetzt sieht nur so aus okay jetzt kann ich da rüber ach so ja ich muss doch erstmal hochkommen Moment ach so da hinten musst du hin okay pass auf bist dran und los da oben da müsste ich dann aber drauf feuern scheiße das musst du machen hä wie soll das denn gehen warte mal ach so warte mal ich weiß wie ich weiß wie ja genau so manchmal bist du echt sowas zu gebrauchen du kannst mich mal bleib da unten bleib da unten ach so hier müssen wir auch noch was aufmachen was sind wir da oben ähm 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 ne das geht nicht da hinten ist irgendwas hinter schieß mal ja wenn ihr jetzt nicht drauf geschossen hättest so so geht's okay oh oh ich wollte gerade sagen ich befürchte das Schlimme hier ist nochmal so ein Rasselding komm mal her ja äh 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 ich hab viel schneller gedrückt als du wieso konntest du mich jetzt nur weil du doppelt so fett bist wie ich ja boah boah ich beleidete mich hallo müssen wir das jetzt öfter machen oder nein komm ich will nicht mehr ich hab gewonnen geh weg naja hast nur Angst zu verlieren ja oh was machst du denn schon wieder ey hör auf nach mich zu schießen nur weil du jetzt verloren hast du kannst du nicht mal oh guck mal äh da hinten ist der Fluchskompensator wieder mhm irgendwie sieht das so nach Ende aus ich weiß auch nicht ja ja geht so komisch bei mir auch ich kann mich auch nicht mehr umdrehen ich kann nur so komisch da ist eine Libelle noch eine Libelle ich will hier mitfahren yeah oh äh äh ich bin hier geht nicht was ist denn das die Power der Haselnuss oder sind das vielleicht eh manipulierte Haselnüsse äh ich bin ich bin hier auf so einer Schiene äh äh nein oh na ja toll also du darfst nicht im Vorfeld springen du musst äh direkt RB drücken ich seh schon weil ich bin gesprungen und hab RB gedrückt und das funktioniert nicht nee du kannst das einfach nicht das ist das Problem das erinnert mich oh kennst du dieses Spiel ähm ähm da hat man äh das hat man als Kind früher mal gesehen ich dachte ich sollte da reinspringen nein hä ich denke ich soll hier hoch hä also ich stehe jetzt hier neben und jetzt ja du musst da drauf weiter weiter ich bin schon gleich am Ausgang hier ach so jetzt verstehe ich das ich soll ja 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 okay äh da steht was das ist das muss man feiern nein das ist nicht der Ausgang oh ich mach das mal in den Kalender rein sie versteht was okay ähm ich bin schon da ne wie heißt das denn jetzt ähm das war so ein kleiner ja keine Ahnung was das war oh und wieder rb 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 er geht nicht jetzt ähm sie kommt ich sehe sie ja es ist kein fuchs gewesen das ist naja fuchs sowieso nicht ich habe keine Ahnung was das war das war auf jeden Fall so ein kleines äh äh männchen und äh du musstest da mit der Telefon tastatur musstest du also mit den Tasten halt musstest du dich immer nach links rechts bewegen nein ich will nicht ich gehe wieder das ist Endgegner ne ich wüsste es mach du den ich will be on your own may the acorn be with you be with you ihr könnt mich immer drückt da mal drauf äh schließt da mal drauf hier an den Seiten ah ach so du musst das machen verstehe ja so machst du es falsch rum muss warten bis das oben links ist und dann musst du wieder was drauf machen noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen warte hä ach so oh ich hab's gewusst ha so Ei, ei, ei. Wir müssen noch eine Klammer, das ist ja der Tresor. Ja, aber wenn du da nicht mehr drauf machst, müssen wir halt warten. Das dauert so lange. Ja, aber das... Aber mehr geht nicht, das ist Maximum. Echt? Ja, dann kommen gleich wieder welche. Ich gehe schon mal ein Stück zurück. Oh, der hilft nicht. Wow, fuck. Die musst du, glaube ich, von hinten treffen oder sowas. Ja, sag ich doch. Einen Rücken. Nein! So, da ist er. Boah, kann der erst mal warten, bis ich mich umgedreht habe? Aua! Schieß in den Rücken, in den Rücken. Ja, ich kümm's nicht. Mann, ey. Ich krieg den nicht so. Ja, der ist jetzt auf mich, Agro. Das musst du auch nutzen. Ja, aber ich krieg ihn da ein bisschen. Ja, da ist was dran. Mach. Mann, wieso schießt die nicht? Jetzt. Eigentlich ist der nicht so schwer, aber man muss halt das Timing haben mit dem Ausweichen. Der ist jetzt auf dich, Agro. Das ist natürlich scheiße. Oh, der ist auf mich, Agro. Auf mich? Ich kann nicht. Ich hab den nur von vorne. Boah, komm schon. Der dreht sich auch direkt zu mir um dann, ne? Oh, das war geil. Er hat wieder was? Ja, er hat mich wieder... Ja, aber er ist voll eingehonigt. Eingehonigt. Ja, aber so schnell kann ich nicht zielen, bis der wieder da ist bei mir hier. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Hup. Er ist auf mich. Jetzt mach, schnell. Er ist nicht auf dich, er ist auf mich. Ja, dann lauf mir nicht immer hinterher. Er hat's, er hat's. Ach, das war doch gar nix hier. Aber wir sind direkt beide jetzt aufgegangen. Ja, weil wir's können. Uh. Äh. Okay. Es war nur Vorgeplänker. Ja. 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 Alles Fine. everybody geht´s dir nicht so, nein... Nein, nein. We hatten nur geschaut habe... Danke. Ich glaube, du sustainability bist. Es war gerade nicht vollroß. Nein, Operation war es einfach sondern monitored. Preparing for the mission. Yeah, right. Preparation is key. Good, but remember, collaboration is also key. This is a very dangerous operation. Thanks for reminding us. You're welcome, eh? Hey, got it! You done? No. That book is really annoying. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, da das jetzt nicht nach Endgegner aussieht... Ich höre hier irgendwas. Hörst du? Sei mal leise. Sei mal leise. Ach so scheiße, das sind die Westen. Und ich glaube, so ein Kampfgebrüll oder sowas da oben. Hörst du das? Mhm. Oje, oje. Ja, aber da das so aussieht, als ob wir hier doch noch ein ganzes Stück rein... durch, wie auch immer müssen, würde ich sagen, boah, dass ich diesen Typen erstmal flambiere hier. Weil er mich ja noch nicht mal in Ruhe abmoderieren lassen kann. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020